Hey, Uwix hier zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, sind wir zurück und ja, heute geht's weiter mit dem Flugweltcup. Erster Durchgang, drei Gestürze waren in der Qualifikation, deswegen haben wir hier auch 43, die halt bei einer guten Weite gestürzt sind. Sind aber dabei, aufgrund der Gestürztregel. Ob das jetzt noch immer so wäre, weiß ich nicht. Aber im Spiel ist es noch so, deswegen haben wir hier 43 Leute am Start und wir haben ziemlich guten Aufwind und starten das Ganze mit Arti Igro. Der hier mal starten darf. 222 Meter brauchte man in der Qualifikation, um eine Teilnahme zu garantieren im finalen Durchgang. Wir starten hier mit 215,5 Meter. Wie gesagt, wenn nur 13 jetzt ausscheinend soll, wie in diesem Fall, dann kann es reichen. Bei 10 vielleicht hat es gereicht oder bei 13 weiß ich ja nicht. Schauen wir mal. Weiter geht's gleich direkt mit Vitali Kalinitschenko, der das eindeutig besser hinbekommt mit 227,5 Meter. Gute Noten, 210 Punkte, das ist doch eine Weite, wo man sich schon mal so ungefähr gut einreihen kann, oder? Martin Hammer, jetzt als nächstes für die Deutschen. War auch dabei. Ziemlich gut. Aber das ist hier auch. 230,5, das ist mal die Führung für den Deutschen. Dann André Kakina, der hat sich irgendwie noch hier reingekämpft, sag ich jetzt mal, ne? Weil so besonders krass war sein Flug jetzt nicht. Naja gut, 222,5 Meter. Aber das kann er hier nicht überbieten. 218,5. Ja, das wird wahrscheinlich auch hier wieder zu wenig sein, sag ich jetzt mal. Nun ja, er war hier im ersten Durchgang, aber mehr war er wahrscheinlich auch nicht drin. Andrew Urlaub, der ist schon unterwegs. Der war stark. Von ihm 232 Meter. Wiederum die Führung. Starker Sprung. Ganz starker Flug hier von ihm. Renn die Kaido. Darf jetzt live ran, genau. Darf jetzt runter als nächstes. Wie geht's ihm hier? Auch immer mal gut für starke Sprünge. Hier ist nicht ganz der Beste, aber 227 Meter. Kann man schon mal mitnehmen. Ist auf jeden Fall eine solide Weiter. Schauen wir mal, was die am Ende wert sein wird. Dekadin. Meiner Quali ein bisschen besser. Aber hier gerade, naja. War nicht das Geld vermeiden. 218 Meter, Rang 6 hier für ihn. Nächster Springer, Karl Geiger. Der ja auch, glaube ich, jetzt seine Karriere beendet hat, was ich mitbekommen habe. Bitte bestest mich aus, falls das was anderes war. Aber ich glaube, der hat hier auch seine Karriere jetzt beendet in Oberstdorf. Oder zumindest sich verabschiedet schon mal. Hier leider auch nicht mehr drin für ihn gewesen außer 200 Meter. Das war leider der schlechteste Sprung bisher an diesem Wochenende. Timi Zeitsch. Auch eher unauffällig hier reingerutscht. Den habe ich gar nicht so mitbekommen, dass der überhaupt gesprungen ist. Hier trotzdem relativ stark wieder. 231,5 Meter. Die Noten katapultieren ihn erstmal auf Rang 1. Fati Adha Ibcioglu. Jetzt. Ja, letztes Jahr war er deutlich stärker im Weltcup. Aber er ist hier und da mal dabei. Hat, glaube ich, auch letztens Punkte gemacht. Nicht in Oberstdorf war davor, glaube ich. Wenn ich mir... Oder hat er? Ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer, ich glaube, einmal war er dabei im zweiten Durchgang. Können Sie mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Rang 7 jetzt hier für Ibcioglu. Philipp Reimund darf jetzt runter. Auch bei ihm schaut das mal sehr stark aus, was er hier macht. War solide. Nicht ganz top, so wie es vielleicht ausgesehen hätte. 220 Meter mit 200 Punkten. Ob das irgendwas reichen wird, wir werden es sehen. Aber er ist im Moment mittendrin. Könnte reichen für den 30. Eventuell. Schauen wir mal. Aber es sind ja ein paar mehr Leute dabei, als sonst gewesen. Wären durch nämlich Weiterflüge. Aber die sind eben gestürzt. 222 Meter jetzt hier für Kill Empire. Und Rang 6. Für ihn geht das selber ungefähr. Stefan Leier darf jetzt ran. Kommt auch erst mal hoch raus. Okay. 224,5 Meter. Wiederum Rang 6. Da kommen wir auch nicht ran. Die Top 5 im Moment. Die waren stark. Aber wir schauen, wie es weitergeht mit Remo Imhoff. Der hatte ja auch einen super Flug in der Qualifikation. Obwohl es eigentlich keiner so wirklich mitbekommen hatte. Plötzlich war er da vorne mit dabei. 228,5 Meter ist wieder ein guter Flug. Aber es reicht nicht für ganz vorne. Aber trotzdem für Rang 4. Tate Franz jetzt. Der als nächstes hier runter darf. Schaut zumindest von der Höhe mal sehr stark aus. War auch sehr stark. 233 Meter gelandet ist er auch. Und das bedeutet Rang 1. Fiat Tate Franz. Starke Leistung. Kaspari Walto darf jetzt runter. Ah, der kommt ja leider nicht mit mit dem Sprung, was er vorhin in der Qualifikation gesetzt hat. Da muss er leider früher runter. Ziemlich früher runter. 204 Meter. Das ist zu wenig. Alex Insam. Der war stark auch in der Quali. Schauen wir mal, was er jetzt so... von sich geben kann. Auch das war gut. 229,5. Nicht ganz so stark. Aber Rang 5 ist noch immerhin... immer weiter hin sehr, sehr stark. Sag ich jetzt mal. Eric Belscher schon am Wege. Der war stark von der Weite. Da muss ich die Sicherheitslandung machen. 236 Meter. Das geht sich für Rang 2 aus. Aber da musste halt die Sicherheitslandung ran. Ich glaube nicht, dass da noch ein Telemarkt gegangen wäre. Aber war einer meiner weitesten Sprünge hier. Starke Leistung jetzt von Belscher. Clemens Aigner. Der hat sonst schon da auch noch reingerutscht in den Bewerb. Habe ich auch nicht ganz so mitbekommen. Aber hier. 2,16,5. Ja, das ist zu wenig. So viel ist sicher. Andreas Wellinger. War der Weiteste in der Quali. Ist aber gestürzt. Aber ist trotzdem hier deswegen. Schauen wir mal, was er jetzt hier rausfallen kann. Ja, da geht es nicht mehr ganz so weit bei ihm. Aber 227,5 Meter Rang. 9 ist definitiv eine... Eine... Na, noch nicht fix die Quali. Aber er ist auf jeden Fall noch auf einem guten Weg dafür. Giovanni Bresadola. Schon am Weg auch. Nach unten. Nach Start Nummer 23 haben wir die ersten 10. Hier Rang 8. 227,5 Meter. Da ist er auf jeden Fall gut dabei. Michael Heiböck. Er kommt hoch raus. Reicht auch nicht ganz für vorne. 228 Meter. Hätte super Noten hier. Da sind Rang 6 für Heiböck. Da ist er auf jeden Fall in lauer Position. So viel ist sicher. Auch Manuel Fettner, der gestürzt war und auch ziemlich gut unterwegs war mit 228 in der Qualifikation, hat es geschafft. Schauen wir mal, wie es ihm hier jetzt ergeht. Kommt auf eine ähnliche Weite. Sogar einen halben Meter weiter und diesmal steht er den souverän. und landet auf Rang 5. Also auch sehr, sehr stark von ihm. Nächster Springer, Nico Kytosaho für die Finnen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo die ersten 10 sind. Aber nach ihm sind es auf jeden Fall 11. Und er belegt im Moment Rang 14 mit 226 Meter. Rang 11 wäre im Moment Renni Kaido mit 227 Meter. Ja, solide. Über 210 Punkte im Moment noch. Ich glaube, da liegen ein paar auf jeden Fall gut in der laue Position. Aber anscheinend braucht man doch hier eine gute Weite auch. Schauen wir mal, mit Peter Priots. 225 plus wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Sag ich jetzt mal, wenn man das so hoch rechnet. Ja, Peter Priots macht ja auch eine gute Figur. 228,5 Meter. Ist Rang 10. Ist auch sehr gut am Start. Yonshiro Koryashi. Nächster Springer. Wind ein bisschen eingeschlafen will. Schauen wir mal. Was für eine Auswirkung hat er auf ihn? Oder Überballerauswirkung hat er schon ein bisschen. 222,5 Meter. Rang 18. Ja, da war vielleicht mehr drinnen. Aber man wird es wohl nicht wissen. Daniel Vasiljev darf jetzt runter. Herr Kasach hat sich auf Surin qualifiziert. Ist nichts Großartiges, aber qualifiziert. Jetzt hier 217 Meter. Rang 23. 20, das wird wahrscheinlich heute nicht reichen. Für eine weitere Qualifikation. So viel kann ich glaube ich schon mal sagen. Weiter geht's mit Roman Kudelka. Oh. Ja. Das mit dem Verklicken in der Luft. Das hatten wir schon mal. Mindestens einmal. Marius Lindweg. Ich bin mir vervillierend, wie weit dahin kein Wort darüber. Marius Lindweg. Der ist ziemlich hoch unterwegs hier. Kommt auch auf eine gute weiter. 230,5 Meter. Rang 5. Starke Leistung. Ich sehe gerade, dass wir drei US-Amerikaner unter den ersten fünf haben. Oder drei unter den ersten vier, wie man es haben möchte. So, Friedrich Wilhelmstadt jetzt. Er ist schon eigentlich eher nicht so spät im Bewerb drankommend. Aber es sind viele Top-Kandidaten draußen. Deswegen ist Pedersen, Deschwandt und Sundl die letzten. Da viele Leute, die besser positioniert sind im Weltcup, die sind schon draußen. Weil die Qualifikation so hochwertig war. Da gab es dann keine Excuses für einen leicht schlechteren Sprung. Da waren wir dann einfach draußen. Und Kranerwild, der macht hier mal einen super Sprung auf 232 Meter. Das ist Rang 3. Und da sprengt er mal die US-Amerikaner weiter auseinander. Aber die Doppelführung hält weiterhin an. Weiter geht es mit Wladimir Zografsky jetzt. Der war auch schön. Hat aber einen kleinen Wackeler gehabt jetzt nochmal. Schade, da wären wir vielleicht noch mehr gewesen. Dring gewesen, aber 226 Meter Rang 17 ist durchaus in Ordnung. Da ist er auf jeden Fall auch dabei. Und jetzt schauen wir mal nach Andrea Camprega. Wer die ersten glücklichen 20 sind, die hier dabei sind. Camprega auch eher unspektakulär. Und da fehlt er halt auch ein paar Meter dadurch. Und da ist er auch schon mal weg mit Rang 29. Rang 20 im Moment ist Frederik Willumstad tatsächlich. Der ist da auf Rang 20 mit 223 Meter. Ja, der Rest muss halt noch hoffen. Schauen wir mal. 10 rum mit inklusive Anze Lanischak. Der hier guter Dinge ist. Der war weit auch. Der war sehr weit. 233 Meter Super-Noten. Und das ist der neue Führende tatsächlich damit auch. Das war stark. Anze Lanischak. Da ziehe ich den Hut vor dir. No-Ki Nakamura jetzt. Ja. Da war es sehr aggressiv. Das war sehr aggressiv. Aber Rang 18 für Nakamura. Dabei ist er. Aber nicht weit vorne. Das war leider dann zu aggressiv. Also nicht belohnt worden. Aber ich meine, er ist ja noch dabei im zweiten Durchgang. Kamelstoch. Das war auch sehr stark. 231 Meter. Das ist Rang 7. Da ist er auch gut mit dabei. Stefan Kraft jetzt. Was kann ihm hier gelingen? Kommt da auch mal hoch runter. Aber gefühlt nicht aggressiv genug. Da fehlen halt ein paar Meter. Trotzdem rein 14. Da ist er dabei. Er kann angreifen. Wir werden sehen. Wohin ihm die Reise in einem zweiten Durchgang bringt. Anti-Alto. Auch bei ihm. Schauen wir mal. Wo es bei ihm hingeht. Lauf eine tolle weiter. 233 Meter auch. Rang 4. Auch er gut unterwegs damit. Um hier im zweiten Durchgang nochmal richtig anzugreifen. Doman Priots jetzt. Auch er hat ziemlich hoch weggekommen. Fällt jetzt aber ein bisschen durch. Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Er war 226 Meter, Rang 22. Er weiß, dass es besser kann. Aber er ist auf jeden Fall auch mit dabei. Im zweiten Durchgang. Shiga Jäler jetzt. Und dann noch drei weitere. Nach ihm. Schauen wir mal. Wie es jetzt ihm hergeht. Ja, auch nicht das Gelbe von meiner. Rang 26 nur. Aber dann Nummer 3 kommen. Es geht sich aus. Aber nur knapp. Weiter geht's. Robin Pedersen jetzt. Spielt auf jeden Fall im zweiten Durchgang auch keine Rolle mehr damit. Höchstwahrscheinlich. Außer er landet bei Weltrekord mit Telemark. Dann gucken wir mal weiter. Aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Robin Pedersen. 226 Meter. Rang 22 auch. Er wird keine große Rolle mehr spielen. Seid ich jetzt mal. Vorsichtig. Aber er ist auch mit dabei. Krieger der Schwanden darf jetzt als nächstes runter. Wie geht's ihm hier? Uh, der war auch gefühlt zu spät. Führte Schwanden. Aber den kann er noch gut retten. 227,5 Meter. Rang 25. Die Noten waren auch nicht besonders. Aber dabei ist er. Und jetzt kommt noch einer hier im ersten Durchgang. Christopher Eriksen Sundar. Schaut auch gut aus. Ja, kommt zwar nicht ganz zu einem führenden Pack ran. Aber Rang 19 ist durchaus in Ordnung auch für ihn. Da kann man schon noch angreifen. Es sind nur unter Anführungszeichen 5 Punkte. Ich würde mal sagen, alle über 210 Punkte können angreifen noch für die Podiumsplätze. Und das sind halt die ersten 20 Springer. Bis inklusive Friedrich Wilhelm Statt sind die Leute dabei. Paya Kobayashi und sonst noch ein paar haben es nicht geschafft in dem Fall. Aber so ist das eben. Und nun ja. Weil wir schon drüber gesprochen haben, starten wir mit Friedrich Wilhelm Statt auch gleich direkt in den zweiten Durchgang. Schauen wir mal, was hier so noch rauskommt. Naja, er kann eigentlich voll angreifen. Passieren tut aber nicht viel. 222 Meter Noten sind halt super. Aber weil es auch nichts Großartiges ist. Aber er ist da, wo er war, sag ich jetzt mal. Gleiche Weite, ungefähr gleiche Punkte. Ja. Er ist halt da. Schauen wir mal. Vielleicht nimmt er ein oder zwei noch mit, weil einer irgendwie den Sprung versaut. Aber so ist das normal. Das wäre eher für Shiga Yilla ein Sprung gewesen im ersten Durchgang. Aber den hat er nicht gebracht. Aber er wird ein paar Plätze vielleicht gut machen können dadurch. Trotzdem im Endeffekt groß und groß und ganzen. Wird es nicht viel bringen, sag ich jetzt mal. An Big Points zumindest. Stefan Leier. Macht das auch nicht schlecht. Fingert ungefähr dasselbe. Nur liegt er eben vor Shiga Yilla. Und das ist halt eine Position besser als Shiga Yilla. Also immerhin eine Position besser. In dem Sinne. Natürlich ist es kein Problem. Vielleicht schaffen es ein paar in die Top Ten vorzudringen noch. Die hier jetzt die ersten 10 des zweiten Durchgangs sind. Aber das ist nie garantiert. Nico Kytosar zum Beispiel springt kürzest im ersten Durchgang. Und ist jetzt nochmal aufrangig. 3. Krieger des Schwanden. Kann er zeigen, dass er mehr kann, als was er gezeigt hat? Schauen wir mal. Aber es hat auch wieder zu spät ausgesehen, dass er zweimal zu spät hier dran war. Schade. Vielleicht hat er zu sehr gesehen, dass seine Konkurrenten eben heute nicht dabei sind. Aber immerhin ging es zu denen. Macht er wieder Punkte. Wie viele das im Endeffekt sein werden? Wahrscheinlich nicht viele. Da er sich viel mehr ausloggen müssen. Alles seine Kollegen. Also wie smart das dann wirklich war. Nun ja. Rang 4 jetzt für Wladimir Zogravski. Der kann da nicht ganz mithalten mit der Konkurrenz bisher. Domenpriotz darf jetzt runter. Der kann normalerweise beim Fliegen auch mehr. Schauen wir mal. Schaut auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ja. Das ist schon mal der erste 230er, den wir hier sehen. Gute Noten auch. Und das ist jetzt mal die Führung. Die ist erstmal ein bisschen deutlicher ausfallender in dieser Situation. Robin Pedersen darf jetzt runter. Auch er, der weiter vorne steht im Weltcup. Will natürlich damit auch angreifen. Braucht also auch mindestens einen 230er, den er hier nicht bekommt. Trotzdem Rang 2. Er macht Punkte gut auf Shiga Jäler und Tischwanden. Also schauen wir mal im Gesamtweltcup, wie das dann sich darauf auswirkt. Naoki Nakamura. Auch der hätte Außenseite Chancen, dass er dann weiter nach vorne dringen könnte. Aber, ja, das schafft er hier nicht mal. Also schafft er es im Gesamtweltcup auch nicht. Und er fällt im Moment zurück tatsächlich sogar auf Rang 9, auf die letzte Position. Ja, das kann passieren, wenn man hier keinen so 20er macht im zweiten Durchgang. Nun ja. Vitali Kalinchenko. Der nimmt, glaube ich, gerne jeden Punkt mit, den er bekommen kann. Und das tut er heute auch wieder mal. Rang 8 ist jetzt nichts Großartiges. Im schlimmsten Fall sind es drei, vier Punkte. Also, Punkte sind Punkte in dem Fall. So, jetzt sind wir schon mehr oder weniger in der Top 20. Wir starten mit Andreas Wellinger da rein. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man hier 422 Punkte oder so macht, dass man da mitspringen könnte um irgendwas. Gucken wir mal. Andreas Wellinger ist jetzt auf Rang 3 XEQ mit Stefan Leier. Domen Priotz hat ja diese 422 Punkte, die ich jetzt angesprochen habe. Die vielleicht ein bisschen ins Play kommen würden. Aber ich glaube, da braucht man schon fast 430 für ein Podium. Wir werden sehen, wie sich das Ganze hier aufteilen wird. Aber man weiß ja nicht. 425, sowas vielleicht. Keine Ahnung. Christopher Eriksen Sundahl schon unterwegs auch. Ja, da werden jetzt natürlich auch ein paar Favoriten jubeln, die früh ausgeschieden sind. Denn Sundahl macht da auch nichts Großartiges. Der ist nur vorletzter im Moment. Da wird sich Schneescholl und Nusia einen sehr freuen. Renny Kaido darf jetzt runter. Auch er hat hier Probleme. Also viel mehr problematische Sprünge hier, als noch in den vorigen Durchgängen. Er ist damit nur für 214,5 und leider letzter damit. Na ja. Schade. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Giovanni Bresadola. Der schaut sehr stark aus. Ja, macht gut. 231 Meter. Das und die 24 Punkte, die ich gemeint habe. Die könnten schon sehr viel wertvoll sein hier und heute. Mal gucken. Weiter geht es mit Peter Prius. Welcher Prius landet heute vorne? Ist es Peter oder Doman? In dem Fall wird es wahrscheinlich Doman sein, denn Peter fällt jetzt zurück. Auffang 11. Ja, in dem Fall ist es so. Auf jeden Fall. Also Doman war noch gar nicht dran. Doch, der ist zweiter. Huch. Nun ja. Stefan Kraft darf jetzt runter. Wie geht es ihm hier? Das ist jetzt auch nicht der Megasprung, der er sich vielleicht auch wünscht hat. Aber er kommt zumindest auf Rang 3. Ja. Will er auch wieder Punkte geben, aber auch nicht die Besten eben. Das ist halt das, was bei Stefan Kraft diese Saison nicht ganz klappt. Na ja, er kommt da nie ganz vorne. Aber trotzdem ist er irgendwie so in der Top 15, Top 20 des Weltcups immer dabei. Aber na ja, so ist das eben. Remo Inhoff, 207,5 Meter nur. Und der ist der Erste tatsächlich, der hier unter 400 Punkte kommt und damit auch das Feld von hinten anführt. Mit diesem Spong. Alex Insam war 13. Nach Durchgang 1. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Er drückt ja auch mit einer Seite nur drauf auf den Ski und damit fällt er auch zurück auf 215,5 Meter. Auch fast ganz ans Ende des Felders. Nun ja, auf Gatebrook. Michael Heiberg. Da geht gerade auch gar nichts. Das war auch nichts. 199,5 Meter. Das war auch viel, viel zu schwach, als wenn plötzlich kein Wind mehr unter seine Schieren gewesen wäre. Weiß ich auch nicht. Martin Hammer. Das hat mich gerade selber gewundert, dass der so runter ist, aber nun. So ist das eben. Martin Hammer kommt mit 22,5 Meter immerhin mal auf Rang 3, was sehr stark ist. Giovanni Bresedolo führt noch immer vor. Doman Priots, will ich nur nochmal gesagt haben, bevor die Top 10 kommen. Manuel Fettner jetzt eben. So, die ersten 10 haben sich schon pre-eliminated, sag ich jetzt mal. Wo zwei vielleicht Chancen haben auf dem Podium. Oder besser gesagt, der Erste noch eine Chance hat aufs Podium. Aber wir werden sehen. Mal Fettner jetzt. Starker Sprung. Rang 2. Marius Lindwig darf jetzt runter. Warfragen 9 nach Durchgang 1. Der kommt auch nicht so hundertprozentig weg. Kommen gerade alle nicht. Alle wollen gerade zu viel, glaube ich. Deswegen schaffen die den Absprung alle nicht so wirklich. Auch er fällt zurück auf Rang 17. Naja. Nun, weiter geht's mit Kamil Stoch. Der war nicht schlecht. Geht sich tatsächlich mit der Führung aus. 0,2 Punkte jetzt vor Giovanni Bresedolo mit 228,5 Meter von ihm. 7 noch oben. Stoch in Führung. Andrew Urlaub darf jetzt ran. Oh, der war gefühlt zu früh. Im Gegensatz zum Rest. Ja. Ja, das merkt man dann in dem Fall. Fällt auf Rang 17 zurück. Leider. War auch nicht das Gelb für mal. Timmy Seich. Im Moment läuft's gar nicht, ne? Da läuft's echt gar nicht. Auch Seich fällt zurück hier. Ziemlich weit. Rang 24. Das ist der vorletzte Rang. Ja, oft geht's sehr, sehr schnell hier. Und das war leider ein Fall davon. 5 noch oben. Halvor, Egner, Kraneröth jetzt. Oft ist es dann doch die Konstanz. Gerade auf Flugchanzen. Zwischen den einzelnen Sprüngern. Natürlich die solide Grundlage gilt's zu setzen. Aber hier zum Beispiel auch Kraneröth fällt zurück auf Rang 8. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber trotzdem. Stoch vor Presadola und Fettner. 4 noch oben. Muss man auch erstmal die Leute hier verdrängen. Schauen wir mal. Auch das war einen kleinen Ticken zu viel. Riskiert für Alto. Dann ist man halt hier bei 200, 204 Meter. Schon unten. Und das ist nur Rang 24 für Anteater. 3 noch oben. Mal schauen, mal schauen, was jetzt hier noch geht. Denn da war jetzt wenig los. Eric Belscher. Der schaut wieder verdammt gut aus. Ja. Uh. Der stürzt hier leider bei 230,5 Meter. Ganz, ganz schade für ihn. Das wäre nämlich ein starker Kandidat gewesen. Auf dem Podium auf jeden Fall. Und auch zum Sieg heute. Aber Rang 19. Leider, leider stürzt er hier bei 230,5 Meter. So. Ist doch schon mal am Podium. Tate Franz jetzt. Der hat auch die ganz große Chance hier. Ah, der struggelt ein bisschen mehr in der Luft als Belscher. Kommt aber auch gut runter. Wird sich aber trotzdem nicht für die Führung ausgehen. Ne. Rang 5. Und damit Giovanni Bresadola auch schon mal am Podium. Und jetzt ist halt die Frage, ob Manuel Fettner der Drittplatzierte bleibt. Oder ob hier Anze Lanišek aufs Podium kommt. Wir werden sehen. Schauen wir mal, wer hier heute das ausnutzen kann. Und es ist Lanišek. Lanišek macht das sehr ruhig und routiniert. 230,5 Meter. Sehr starker Sprung. Beide Male. Ja. Mehr oder weniger fast weit ist danach. Ich glaube, das hätte auch gereicht gegen einen Belscher. Aber so schaut es nun mal aus. Lanišek gewinnt fast doch. Und Bresadola. Vierter wird Fettner. Fünfter Prius. Und sechster Franz. Siebter Martin Hammann auch stark. Achter Stefan Kraft. Neunter Robin Pedersen. Und zehnder Halvor Igna Kranerud. Und was bedeutet das für die Gesamtwertung? Wie soll es denn auch sein? Eto Nussiainen führt noch immer. Vor Alexander Schnieschall und Christopher Eriksen Sundar. Aber das Feld ist natürlich jetzt wirklich schon knapp aneinander. Muss man halt sagen. Auch Anze Lanišek jetzt in den Top Ten. Und da fehlt halt auch nicht mehr viel zwischen den einzelnen Springern da vorne. Da kann noch alles. Selbst Stefan Kraft hat nur knapp unter 100 Punkte Rückstand. Das 13. Ist der beste Springer ohne Podium. Das bekräftigt wieder mein Argument, dass er da immer sehr gut und weit vorne ist ohne ein Podium. Selbe gilt auch für Mann Fettner. Das sind die zwei besten Springer ohne Podium. Diese Saison. Kraft ist sogar 13. Wo Fettner 24. Ist. Also das muss man sich halt auch mal zergehen lassen auf der Zunge in dem Fall. Und wieder mal ein Außenseiter-Podium für einen Italiener. Dieses Mal ist es Giovanni Presadola. Cambrega hat sogar schon gewonnen. Und ich glaube sogar Francesco Ciccon war auch schon mal am Podium. Das heißt Alex Insam, der nochmals das immer macht für die Italiener, ist der einzige Italiener, der noch nicht am Podium war. Und so sieht es unten punktetechnisch aus. Nun ja. Nun ja. Auch Serge Kareink hat noch immer keine Punkte. Ich glaube, das gab schon lange keinen mehr, der 0-Punkte hatte im Ende der Saison. Auch Philipp Sakal hat es nur einmal im zweiten Durchgang gleich geschafft. Oder vielleicht zweimal und wurde halt 28. und 30. oder sonst irgendwas. Nun ja. So ist das eben. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dorthin. Springt schon brav weiter.